Hallo Leute, heute war ich mit meinen Eltern bei den Fädelsladen und ich habe ein cooles Geschenk bekommen, weil ich beim Fädelsklub angewältigt war. Heute werde ich es für euch auspacken und euch zeigen, wie es zusammengebaut wird. Wartet Leute, mir ist ein Teil drunter gefallen. Erstmal die Figur. So, das war's. Jetzt beginnen wir mit dem richtigen Mobil. So. Das Feuer ist gelöscht. Habt viel Spaß beim Fädelsklub.